Und natürlich begrüßen wir den dritten Video zu SpyX Anja, denn wir sind jetzt stehen geblieben. Wo wird er jetzt ins Bett gehen und den nächsten Ausflug zum zweiten Mal zum Grundplatz zu gehen? Ins Bett gehen, ja? Was ist das? Auf? Was? Oh Mann! So, unser nächster Ausflug wartet auf uns, den Grundplatz. Wir haben alle Items da und zum Tombola gehen wir noch nicht. Dann auf geht's zum Ausflug! Wieder mal im Grundplatz. Ah, das ist doch das gleiche. So, dann wollen wir mal schauen. Hier zum Beispiel brauchen wir einen schönen Auftrag mit dem Seifenplatz. Also Seifenblasen war ein supercool Gegenstand. Dann auf geht's. Nummer 2! Nummer 2! Das sieht nach einem schönen... Nummer 3! Nummer 3! Nummer 3! Nummer 4! Nummer 4! Nummer 4! Nummer 4! Nummer 5! Nummer 5! Nummer 5! Nummer 5! Nummer 5! Nehmen wir mal das. So, jetzt fehlt nur noch mit den Erdnüssen. So, wir gucken hier mal, wo... Ah! Da haben wir es mit den Erdnüssen. Natürlich. Nummer drei. Nummer drei. Nummer drei. Oh! Meine kostbaren Erdnüste, ist das lustig. So, wir haben alle drei davon. Oh, da scheint was dort zu sein. Spezielles supercool Gegenstand freigeschaltet. Zieh ihn dir an. Dann gehen wir mal natürlich Nummer 1. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das nehmen wir natürlich hier direkt hier. Als supercool Foto unserer Familie beim Blasenblasen. Dann gehen wir wieder nach Hause und natürlich einen goldenen Tombola Ticket. Natürlich wieder zu Hause zurückkehren. Oh, 15% sogar! Ja, yo! Oh! Ich bin sehr froh. Anja ist begeistert. Du erhältst viel mehr Spielpunkte. Speichern? Natürlich! So, mal sehen, was wir direkt aufsammeln. Nächsten Ausflug. Aquarium! Wow, Aquarium! Und im Laden gibt es neue Gegenstände und Outfits. Und neue Tombola-Boxen. Das müssen wir gleich mal anschauen. Aber erstmals... Also, wir haben Aquarium bestätigt. Da sind einige einig. Ich liebe Aquarium auch. Ich liebe auch solche Fische. Fische und andere Tiere im Aquarium. Feldführer, Meeresleben, Lupe und Muschelhut. Aber erstmals werden wir erst mal Minispiele spielen, wegen Spielpunkte. Steuerung! Erinnerung aufrufen! Gib Geistesblitze aus, um dich an die Ergebnisse des Tages zu ändern und Spielpunkte zu verdienen, ohne Minispiele zu spielen. Los, Bond! Los! Wir werden aber erst mal noch mal beim Leben zu Hause spielen, denn es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad für den Gemüseschneiden. Denn wir müssen noch zweimal Schwierigkeitsgrad bei Agent Pingyman machen. Und das schalten wir dann mal hier Agent Chimäre frei. Na dann, auf jetzt! Und los! Nice! 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 Ah, das ist gut! Ah, das ist gut! Konzentration jetzt, und? Oh, wir müssen jetzt aufpassen, dass man hier nicht den guten Futter direkt schneidet. Nein, das war so klar, dass es jetzt kommt. So, abgeschlossen. Ich glaube, bei den nächsten Geistesblitzen reicht jetzt nicht komplett. Ach, Prozentzucker? Boah! 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 Level 3! Boah! 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 Ne, 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 weil überspringen, überspringen möchte ich nicht, weil dort hier so Fotos dort gibt. So, mal sehen, wo wir jetzt hingehen in der Schule. Sportplatz. So, Becky? So, Becky? Okay. So, Becky? Anja ist begeistert. Du hältst mehr Spielpunkte. Anja ist begeistert. Du bist so schön. Und wenn ihr mit meinen Kindern zusammenklappet, dann wird der Gesellschaft kreischt! Hör! Ich bin nicht so viele Arnya zu verletzen! Wenn ihr euch im Imperium als Körler zu sein wollt, dann muss man auch noch ein wenigst sein! Was? Was ist das für dich? Ich bin nicht so viele Arnya zu verletzen! Ich bin nicht so viele Arnya zu sprechen! Ich bin nicht so viele Arnya zu sprechen! Und natürlich den Schuldirektor auch noch ansprechen. Und? So und jetzt nur noch hier den Foto. Und zwar hier, Nummer 13. Ah, nur nochmal. Oh, Mist. Oh, verdammt. Und eben das hier. Bereit, fang das hier, heißt das. Na, na, ab geht's nach Hause. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na Ahi, 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 ahi. Hahaha. Wow! Chichi! Haha! Schau! Schau! Wow! Anja-san ist gut! Ehhh... was ist das? Anja! Chichi und Haha! Und das! Hm... Also... Ich glaube, es geht nur noch ein paar Tage. Your Father Ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff zu finden Dann ist die Wohnung Dann ist das eine Schiff, meine Zimmer? Ich bin ein Schiff, ich kann nicht mehr nach Hause sein Ich bin ein Schiff, die Mutter, die sie kennen, dann und ich bin nicht mehr so glücklich Ich bin ein Schiff, das ist ein Schiff Ich bin ein Schiff, aber ich bin ein Schiff Ich bin ein Schiff, das ist nicht so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir kriegen natürlich wieder Geistesblitze. Ja, ich werde bald ein Geistesblitzen vorbereiten. Dann, los geht's! Oh, Mist! Ah, Mist! Sehr gut! Sehr gut! Ja, ich werde bald ein Geistesblitzen vorbereiten. So, ich werde bald ein Geistesblitzen vorbereiten. So, ich werde bald ein Geistesblitzen vorbereiten. Gut! Kein einziger Fehler! So, beenden wir erstmal. Neuer Rekord! Neuer Rekord! Auf jeden Fall! Und wieder ein Gold- und Tombola-Ticket wieder. So, gehen wir natürlich wieder ins Bett unter. So, dann erwarten wir uns nächste Schule. Geistesblitzen vorbereiten. Geistesblitzen vorbereiten. Okay, wieder Kunst. Geistesblitzen vorbereiten. Also Kunst. Also Kunstraum. Geistesblitzen vorbereiten. Die Dessertal以前. 이쪽 экontamin tea. Ja, die Schritte und Schritte werden, also Schritte werden immer jederzeit hoch, höher und höher. Ja. Oh, Mann! Das ist wichtig für Elegance. Du hast es nicht gerecht. Verstanden? Ja, ich mache es. Das ist ein Schmuck. Desmond. Wenn du mit dem Schmuck bist, dann kannst du Fogger mit dir helfen. Geh! 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 Oh, Mann! Geh! 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 Gehr! Geh! Oh, miss? Ah, ja. Ah, front! verdammt so wertschätzung für kunst heißt es darauf geht's wieder nach hause hau ja kikkan bo oka eri na saai oka eri ha ha Ah! Ich habe auch hier nicht mehr... Ich habe hier nicht mehr... Ich habe hier... Ich habe hier! Ich bin sehr gut, Herr Herr. Ich bin sehr froh, Herr. Ich bin sehr froh, Herr. Ich bin sehr froh, Herr. Das ist so witzig. Ich habe wieder eine Art Karte, Herr. Ja, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ah! Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann das nicht mehr. So, jetzt mal Abendessen. So, jetzt hier zum Gib alles. Schimäre. Ein schnelles Spiel mit Hundefutter. Oh, das wird schwierig. Das wird jetzt richtig schwierig. Es waren 2050 Punkte. Okay. Oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es richtig schwierig. Okay, das sieht doch gut aus. Okay, das ist gut. Oh, das ist gut. Okay, kein Hundefutter. Scheibbenkleister. Bis dahin! Oh genau 2050! Genau 2050! Oh genau 2050! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war so knapp, das ist so knapp gewesen, aber gerade noch geschafft. So erstmal zum Laden, dann kaufen wir erstmal den Muschelhut, Meeresleben und Lupe. Oh Matrosenkleid, das sieht süß aus. Okay. So, dann noch Stirnband mit Schleife. Oh mein Gott, Pinguin-Maske! So, Outfits. So Matrosenkleid. Und noch dazu den Pinguin-Mütze. So, für den eine Mütze. So, Pferdeschwanz machen wir natürlich auch. Und noch dazu das. So, jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Und Ausflug geht es gleich. So nice. Und noch zu den Gא webs und jugur auf. Auge 모he. Soち Essenz auf die Bauche coffeese. So, jetzt gehen wir zum Gaehente Falcon. PENGUIN PARK PENGUIN PARK So, jetzt gehen wir erstmal, gucken wir erstmal in Tombola erst. So, Tombola Box 3. So, tun wir erstmal hier in Goldene Box. PENGUIN PARK PENGUIN PARK PENGUIN PARK PENGUIN PARK PENGUIN PARK der dritte unglück das gibt es doch nicht so ein tomboda box 3 ich bin wirklich nur zu zeits unglück dann gehen wir wieder zurück dann machen wir lieber einen ausflug oh wie schön aquarium so 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 man Wir haben... Wir haben... Hahaha! Oh Mann! Muschelhut. Muschelhut. Oh. So, nochmal? Ja, und da haben wir aber leider jetzt nur zwei verbraucht. Jetzt müssen wir halt leider wieder zurück. Ja, und da haben wir noch zwei verbraucht. Und da haben wir noch zwei verbraucht. Oh, 20% sogar. Oh, 20% sogar. So, mal sehen, was wir hier direkt wieder planen. Okay, wir sind natürlich wieder in der Stadt. Okay. 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 Wir gehen jetzt mal zum Nigelchen mit Bond, und zwar, los Bond, los! Standardspiel. So, Steuerung. Springen! Renne über die Wolken und sammle so viele Punkte wie möglich. Bond kann springen. Wenn er mitten in der Luft erneut springt, kann er einen zweiten Sprung ausführen, der noch höher ist als der erste. Sammle Stella, um Anjas Fieberanzeige zu füllen. Ist die Anzeige voll, wird Anja zu Starlight Anja und wechselt in den Starlight Fieber Modus. Als Starlight Anja ist sie unbesiegbar. Bisschen wie Super Mario mit den Supersternen. Laufe nicht in Erdnüssen mit Gesichtern. Zertrample sie stattdessen, nachdem du ein Erdnuss herumgetrampelt bist. Kannst du von ihnen herunterspringen. Pass auf, dass du nicht in Blasen, Buntstifte oder Gewitterwolken fällst oder mit ihnen zusammenstößt. Jeder dieser Aktion wird als Fehler gewertet. Nimmst du Agent Pinkyman in deinem Team auf, sammle er Sterne für dich. Aber wenn du Schaden nimmst, ist es aus mit ihnen. Wenn du dich dagegen mit Kommandant Schmere zusammentust, bist du unbesiegbar. Nach einiger Zeit verschwinden beide in einem Loch. Oh Gott, so viele Punkte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stahlk Fieber! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe eine Tunde gefallen. und natürlich unbesiegbarkeit ist wieder schnell zu ende und natürlich unbesiegbarkeit ist wieder schnell zu Ende Oh, das war ein bisschen zu hoch. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Oh nein! Und natürlich, um die Versiegbarkeit wieder zu Ende! Aua! Oh Gott, das war ein bisschen Fail. Auf jeden Fall noch mal erneut. Entschuldigung, ich muss es noch mal machen. Auf geht's! Auf jeden Fall! 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 so wieder unverbund unverwundbarkeit weg verdammt natürlich hier wieder und verbunden unverwundbarkeit weg schade finde dass es das ist nur kürzlich ist und natürlich wieder vorbei das tut weh Und natürlich vorbei. Und am Ziel. Und wir haben auf jeden Fall einen neuen Rekord. Und natürlich beenden. Hmm. 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 gut und ciao, Freunde!